Wir arbeiten hier mit Hochdruck dran und wie gesagt, das funktioniert schon. Oh, Achtung, es geht los. So, der Marktplatz. Seid ihr bereit? Wenn die Polizei kommt, da vorne ist eine Grüße. Und da ist ja schon die Polizei. Hello, ihr Blaue. Jetzt geht's los hier. Die 44. Umzug hier vom Kanabalsverein in den Umzug. Er geht los. Liebe Polizei, dein Freund mit Helfer. Wir ausschütteln. Und jetzt sind die Prenzart. Ich komme mit dem Prenzart her. 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 Das ist die disturbanzialzart. Das ist die nicht die Lede. Ich komme mit dem Prenzart her. Eininkašinsicherz Ahnung. Eine Bringe auf dem Prenzart her. Die Brände auf dem Prenzart her. Das ist die Lede. ure Fliebox Mauritart ý. Versteht ihr mal auf den glatten Abflug an Dreifach! Dann endet's! Hello! 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 Aber hörst du mal, das gibt's noch. Einen Punkt absuchen, eine B-Note, gell? Das war nix. Das war ein Vertrags-schlechte-Haltungsnote. So! Und das dürfte? Die Jager! Die Jager! Die Jager! Die Jager! Okay, gut. Und! Okay. Da hab ich schon noch hundert. Hello! Das war nix. Wir begrüßen die Lämpcher-Power mit einer Freifahrs-Rollern. Hello! 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 So. Das 10 VGA-Prinzipal aus der Alkephäum. Mit einem Dreifahrter drin. Hello! 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 Hey! Hello! Hello! Hey! So, das ist die Jahrgangswache von Riemen, auch das Geholtesheim. Wir machen unseren Prinzepaar den Hof. Dann macht du mal den Hof hier. So, wir grünen schon den nächsten Jahrgangswache aus der Altenzheim und den wollen wir auch begrüßen. So, wir müssen mit den Freipart-Dominenden, Hello! 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 Hübten-Daudi aus der Altenzheim, nach sowas. Ihr seid aber ganz schön zugehängt hier, oder? So, jetzt warten wir immer noch auf der Altenzheimer. Ich schlage, wir sind auch daheim auf dem Marktplatz. Also auf dem Geholtesheimer Marktplatz. Oder eben was. Denn jetzt müssen die Karnevalsfreunde aus der Altenzheim kommen. Das Raumschiff, das braucht ein bisschen länger. Das Raumschiff, das braucht ein bisschen länger. Und jetzt müssen die Karnevalsfreunde aus der Altenzheim, die in der Altenzheim sind. Und jetzt müssen die Karnevalsfreunde aus der Altenzheim kommen. Und jetzt müssen die Karnevalsfreunde aus der Altenzheim kommen. Wir gehen die Portschaft. Ja? Ja! So, und das nächste? Ei, ei, ei. Jetzt kommen wir schon nach hierher. Jetzt kommt die Wohnumme! Ihr Wohnumme! Da sind wir. Der Sauna-Club. Jetzt sind die Beunung der Tassenachsfreunde, die beiden super Saunaclub. Wir begrüßen euch, wenn ihr drei Parteien nehmt, elau, elau, elau. So, und Astma kennt ihr auch mal Vertrahe hier oben. So, jetzt kommt Trickenshüter, Stahlverein Lennepalett. So, jetzt sind wir ein Trickenteam, haben wir hier. Ihr Mädels und ihr Buben, geht's euch gut, guck mal, hallo, elau, elau, elau. So, jetzt sind die Beunung, geht's euch gut, guck mal, hallo, elau, 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 elau. Das alte VfL-Minnepalett, Zweckenshüter. Und da sind sie ja schon, die wollen nicht mal Trickens. Wir begrüßen euch alle der VfL-Minnepalett, mit allen Freunden und Euren Lennepalett. Hello, 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 hello. Schnappdorf, schnappdorf. Schnappdorf, schnappdorf, schnappdorf. Vielen Dank. Alexandra, geht's dir gut? Hello! Von hier oben! Das war die Zusage, sonst sieht man uns hier. Oh, das sind die Ballettmäuse von JVFW. Und die begrüßen wir auch mit dem Dreifahrtellerin. Hello! 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 Und falls ihr den langweiligen Ohr noch? Obwohl, wenn wir die Allgas hochkennen, ist man ganz schön außer Atem. Ja, das ist ganz schön hares hier. Ja, das ist mal so, ne? Was? Kommt nix? Ah, Dieter, da ist der Zug fertig, oder? Ist der Zug fertig? Ja. Oh, was? Warte, machen wir ein bisschen Zug hier. Wir laufen dreimal im Kreis rum. Ja, CVF, eh, die haben es halt in der Mitte. Ja. Und wie Isso kommt? ... ... ... ... ... ... ... ... Und wir begrüßen das Ingelheimer Ordnungsamt, und ohne die hier gar nichts geht, mit einem dreifach Donnern und Dankbauen, Hello! 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 Vielen Dank für die riesen Hilfe, ihr Mädchen! Dankeschön! Ach, das war die erste Hilfe? Das ist krass. Hier, ihr werdet gerade aufgenommen. Mädels, Ordnungsamt. Hallo! So, jetzt wird's laut. Jetzt wird's laut. Da kommt jetzt jemand. Man glaubt's ja nicht, die riesen Lücke, der CVFW kriegt das überhaupt nicht hin. Das gibt's gar nicht. Die Gartenhäuser ist jetzt so weit vorne weg, und der Rest kommt ganz dahinter. Eieieieiei! So, den haben wir dann hier. Eine Fußgruppe. Ja. So, guck mal hier. Die Garten vom CVFW. Sagt ja auch hier aufrufen, Magnats. Der Höhepunkt hier in der Beendelung. Hallo! Und jetzt wollen wir uns auch hier begrüßen, in Oppenengelung und offen Wackbats. Hallo! Mit drei Vortorten drin. Hallo! 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 Oh, bis die Stimmung hier drin kriegt, du. Wir gestern bei euch, ihr heute bei uns. Ein ganz herzliches Willkommen in den CVFW aus meiner Freiburg-Rollanders. Hello! 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 Schön, dass ihr dabei seid. Gerhard, ich grüße dich. So. Jetzt haben wir, wie immer. Eieieieiei. Schöpflich. Was darf ich tun? Jetzt sagen sie. Und jetzt klatschen wir hier aber einmal mit. Das gibt's doch gar nicht. Auf geht's! Und schön in die Hände klatschen. Die Mädchen schön anfeuern. Jawohl! Und das kennt ihr alle noch. Das kennt ihr alle mit. Aber. Der ganze mag passieren, Oppenengelung. Tut jetzt nur Klatsche! Und die Hände hoch! So ... So ... So%. So. So ... Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das waren die Mädels von CVFW aus Freilweinland. Und wir bedanken uns ganz herzlich mit einem Preiswörter an dem Hello! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. So, und jetzt begrüßen wir die Evangelium-Sozialstation aus Ingelheim. So, gucken Sie her. Mit einem Dreipartonnen Hello! 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 Jawohl! So muss das sein. Das sind die Matrosen. Die wollen, die wollen, die wollen die Scharfegröße hier in Oppenheim gelangen. Hello! 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 Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben die festen Zielspunkte gewonnen, okay? Alles klar, jo, danke. So, Carsten, jetzt bist du. Jawohl, also, und jetzt ist hier der Jahrgang 68, 69, in der Regelungordnung auf dem höchsten Punkt vom Zug. Und wir begrüßen Sie mit den dreifach Donnerenden, hello, hello, hello. Sag mal bitte, zum lieben Donner, seid ihr mit der Weile dabei. Dieser Jahrgang ist bei diesem Umzug zum 27. Mal mit dabei. Darum hat es einfach Donnerendes, hello, hello, hello. Ich hab's ja nie gemacht. Dann singen alle, man dasselbe noch einmal. Wir singen Upa, 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 Teterin. Teterin, Teterin. Wir singen Upa, 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 Teterin. Dann singen alle, man dasselbe noch einmal. Und wenn, 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 wenn. So, und euch rückwärts auf Rettung 3 von der Donnerin. Hello! 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 Der Jahrgang 82, 83. Ich hab euch alle lieb, gell? Ich bin zwar ein bisschen älter, aber ist ja egal. Was? Alles gut, alles gut. Ich bin zwar ein bisschen älter, aber ist ja egal. So, jetzt haben wir hier noch immer einen Jahrgang. Jahrgänge 76, 88 aus Engelund. Und die ich, wo wir jetzt begrüße, ganz laut, mit einem dreifach Bein. Hello! 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 Und eure Sahne geht doch. Grüß Gott! Und hier kommen sie, die Ehrenkomitee, die Ehrenkomitee, die Ehrenkomitee, wo wir genau werden gern mal bei euch, ein Dreifachsteller ist. Hello! 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 Aber ich muss feststellen, ihr habt's gemacht, gell? Ihr seid ja Ehrenkomitee, der Ehrensitzungspräsident ist einer! Hello! Hello! Und wir begrüßen vom ECV das neue Jürgen Showgangsballett. Magic Evolution mit einer Dreifachstellerin! Hello! 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 Und wir erkennen dran, der stolz unserer Verein, die Garde mit einer Dreifachstellerin! Hello! 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 Und wir begrüßen unser Kinderballett, die Gummibär-Bande! mit einer Dreifachstellerin, die Gummibär-Bande mit einer Dreifachstellerin! Hello! 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 Und wir begrüßen unser Jugendballett, die Gummibär-Bande! Und wir begrüßen unsere Vangiler-Bande mit einer Dreifachstellerin! Wichtig ist, dass die Gummibär-Bande mit einer Dreifachstellerin! Hello! Schöpfen! Schöpfen! Schieß! So, und jetzt begrüßen euch die Inge-Lunda-Roseburg-Leister. Mit einem Knäu-Fochter, dann! HELLO! 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 Musik ob幽ые oder Dich task Da Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020